Brisante News erreichen mich aus Meißen in Sachsen. Dort sollen nämlich jetzt minderjährige Fachkräfte einziehen in eine Altenheim-Einrichtung. Wir gucken uns die Situation ganz genau an. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt unbedingt ein Abo dalassen. Danke für dieses Knacken der 84.000 Abonnenten. Wir gehen straight Richtung 90 und dann die 100.000 Abonnenten. Also seid gerne mit dabei, unterstützt mich auf diesem Weg. Danke. So, und dann sehen wir das Ganze. Also Apollo News hat hier exklusiv von Mitarbeitern dieser Einrichtung, das ist die Diakonie in Meißenwohl, das Altenpflegeeim Hugo Tschucke, einen Brief zugespielt bekommen. Und wenn dieses Video online geht, dann findet nämlich gerade in der Cafeteria in dieser Pflegeeinrichtung genau die Diskussion oder auch die Information, eher gesagt, darüber statt, was denn mit dieser Pflegeeinrichtung jetzt demnächst passieren wird. Und demnächst ist relativ kurzfristig, bereits ab dem 1. Dezember ist das Ganze geplant. Aber der Reihen nach. In der Altenheim-Einrichtung, schreibt die Larissa Fusa hier, in Meißen Sachsen ziehen Flüchtlinge ein. Das erfuhr Apollo News exklusiv von Mitarbeitern der Unterkunft. Die Pressemitteilung des Trägers bestätigt das vor. Die haben nämlich nachgefragt und das soll wohl stimmen. Und interessant ist auch der Wortlaut in diesem Schreiben hier, dass sie nämlich hier am 15. November, wie gesagt, 18.30 Uhr in der Cafeteria so einen Termin machen. Errichtung einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, sehr geehrter Anwohner. Hiermit laden wir sie zu der Anwohnerversammlung ein. Denn im benachbarten Haus sind nämlich Senioren untergebracht. Und hier handelt es sich um ein Nachbargebäude für die sogenannte Kurzzeitpflege des Heimes. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel darin wurden Senioren, die nach einem Krankenhausaufenthalt vorübergehend pflegerisch Hilfe benötigten, wieder fit für ihren Alltag gemacht wurden, dann waren die in diesem Nebengebäude, neben dem Hauptgebäude wiederum. Offensichtlich wird es jetzt nicht mehr benötigt. Ja, man hat halt den Platz. Und dann heißt es hier, wir werden Sie darüber informieren, wie das Haus 2 voraussichtlich ab 1. Dezember 2023 vorübergehend als Einrichtung genutzt wird und welche Unterstützung wir ihrerseits dafür benötigen. Und das ist eine ganz interessante Formulierung. Was meinen die denn mit Unterstützung? Wie sollen denn die Senioren da im Speziellen jetzt unterstützen? Darauf kann ich mir jetzt noch keinen Reim machen. Auch hier in dem Apollo News Artikel weiß man noch nichts genaues, was denn da eigentlich jetzt genau mit gemeint ist. Da bin ich mal gespannt, sobald ich da Informationen vorliegen habe und wenn der ein oder andere Mitarbeiter dies hier sehen sollte, schickt mir das gerne. Mein E-Mail-Adresse ist im Kanal-Info auch drin. Gerne einfach mal zu. Würde mich interessieren, was da abgesprochen wird. Wir gucken aber auch generell nochmal einen Überblick. Wo ist eigentlich Meißen? Und was ist das für eine Stadt? Meißen? Meißener Porzellan? Das wird einigen von euch etwas sagen. Das liegt im wunderschönen Freistaat Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen. Jetzt kann ich den auch mal bringen. Und dementsprechend eine relativ kleine Mittelstadt oder wie man das nennt, mit 29.000 Einwohnern. Sie ist relativ AfD-stark. Meisten muss man wirklich ganz klar dazu sagen. Der Oberbürgermeister allerdings, ich habe ein bisschen eingelesen und geguckt, der 2018 gewählt wurde, ist ein Parteiloser. Das ist der Olaf Raschke. Hier beim Wiki-Artikel sehen wir, dass der parteilos ist. Und das finde ich auch krass, wie viele parteilose Bürgermeister es in verschiedenen Städten gibt. Und dann sehen wir jetzt so hier die anderen Kandidaten noch. Relativ uninteressant. Wir sehen aber hier zum Beispiel die Wahl zum Stadtrat, die 2019 bereits stattgefunden hat. Und da sehen wir, dass die AfD mit fünf Sitzen wirklich am meisten im Stadtrat in Meißen vertreten ist. Im Verhältnis dazu die CDU beispielsweise vier Sitze, ULM ebenfalls vier Sitze, drei Sitze bei der Linken, zwei Sitze FBBM. Also teilweise Parteien, die haben wir hier nicht wirklich auf dem Schirm. Aber nichtsdestotrotz dort stark vertreten. Hier sogar noch stärker Bürger vermeisten, auch mit fünf Sitzen vertreten. Die Landratswahl ebenfalls interessant. Das ist ein CDU-Kandidat geworden, der Ralf Hänsel. Und am zweiten Platz hier tatsächlich von der AfD. Da bin ich mal gespannt auf die nächste Wahl, wenn die stattfinden wird. Und last but not least auch noch hier das Ergebnis der Landtagswahl 2019. Da war in der Direktstimme die AfD mit 33 Prozent die stärkste. Und auch hier mit 32,7 Prozent in der Listenstimme, also sprich in der Zweitstimme. Erst danach die CDU bei beiden Seiten. Also ganz interessant, das jetzt mal zu sehen. Aber zum Ausgangspunkt bezüglich, man nimmt, ja, Wohneinrichtungen oder ähnliches. Also hier scheint jetzt, das muss man fair dazu sagen, ein ungenutzter Raum genutzt zu werden, der wiederum, oder wo jetzt wiederum keine Senioren gewohnt haben. Aber wir sehen ja diese Entwicklung, wie mit unseren Senioren in Deutschland umgegangen wird. Und ich finde, es gibt doch dieses Sprichwort und diese Redewendung, dass man daran feststellt, wie eine Gesellschaft mit ihren alten Mitbürgern umgeht, da man feststellen kann, wie diese Gesellschaft selber tickt. Und das stößt mir immer mehr auf in den letzten Wochen. Wir wissen das aus zahlreichen Beispielen. Hier zum Beispiel dieser SBA-Artikel aus dem Juli. Renditejäger in der Altenpflege. Wie Investoren Senioren auch in Baden-Württemberg aus ihren Heimen treiben, hieß dieser Artikel bereits. Und das ist speziell hier auf Leonberg bezogen. Ich habe gerade darüber berichtet, wo habe ich den Artikel, da habe ich hier auf. Gerade letzte Woche kam raus, dass, ich glaube, es waren 37 Senioren, ihre Wohnung innerhalb der kürzesten Zeit von wenigen Wochen verlassen müssen, weil dort ebenfalls Ankommende jetzt einziehen. Stadt Baden-Baden mietet Wohnungen für Ankommende an. Ich finde das Wort Ankommende so gut, wie auch immer man es nennen mag. Apropos, da hatte letztens einer einen Kommentar geschrieben und mich deswegen deabonniert, weil ich Ankommende gesagt habe und nicht verstanden habe, wie ich das meine. Aber gut, jeder wie er mag, ist okay. Dann auch noch interessant, hier im Landkreis Böblingen, Seniorenzentrum am Parksee, Geflüchtete Stadtpflegeplätze, schnelles Geld für Investoren, hieß es hier am 19.10. Wir haben aber auch die Situation hier nochmal mit Leonberg auch aufgenommen. Und ihr seht das, das sind dann teilweise, abgesehen jetzt vom SBR, überwiegend hier Stuttgarter Nachrichten oder auch hier die badische neuste Nachrichten, regional berichtende Nachrichten. Und das ist grundlegend das Problem, was wir einfach haben, dass man solche Themen vor Ort natürlich diskutiert und mitbekommt, aber auf der großen Bühne des Bundes findet das nicht statt. Und ich glaube, würden das viel mehr Leute auf dem Schirm haben, wie hier halt wirklich mit den Senioren und mit solchen Einrichtungen und den Personen im Speziellen umgegangen wird, dann würde da auch eine größere Diskussion stattfinden. Und sowas würde ich mir mal für Hard Aber Fair und wie die anderen Sendungen mit Fünf Stühlen einer Meinung heißen, mal wünschen. Hier auch nochmal ein Bericht über Schöneberg, die Situation. Aber erinnert euch gerne auch nochmal an Lörrach zurück. Erinnert euch an Lörrach. Ich habe zahlreiche Videos zu der Thematik ja gemacht. In der Wölbienstraße wurden ja die Mieter, ja, rausgeschmissen wäre jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt, auch wenn es die Wahrheit ist, sind halt andere Leute in die Wohnungen eingezogen, als jetzt vorher drin waren. Sagen wir es einfach mal so. Auch ganz interessant. Hatte einen großen, großen Medienaufschrei bekommen und danach war das Thema durch. Genau so war es ja dann auch hier zum Beispiel mit dem Berliner Altenheim, der Seniorenstift in Berlin, in der hier Bewohner landen plötzlich wegen Flüchtlingen auf der Straße, wo die Leute untergekommen sind. Ich habe mir die Finger wund gegoogelt. Ich konnte nichts dazu finden. Und das finde ich dann immer auch so schade daran. Diese Empörungswelle ist immer ziemlich groß, aber die Journalisten, zumindest die Leute, die sich so nennen, die recherchieren dann nicht in der Art und Weise und verfolgen dann mal, wo diese Senioren dann halt wirklich unterkommen. Weil das ist es doch, worauf es ankommt. Was ist aus diesen Menschen geworden? Das interessiert mich persönlich wirklich sehr. Schreibt jetzt mal eure Meinung unten rein. Mal gucken, wenn es neue Informationen zu dieser Situation dort geben sollte in Meißen, dann halte ich euch im Laufenden. Deswegen jetzt gerne das Abo dalassen. Danke, bis zum nächsten und ciao.